kommen wir nun zum letzten aber auch sehr wichtigen punkt umweltschutz warum befahren wir diese gewässer natürlich weil sie schön sind und das soll auch so bleiben das soll für uns zu bleiben und für die generation nach uns an enkeln und kindern es folgen die neuen goldenen regeln zum verhalten von wassersportlern normalerweise sind es zehn goldenen regeln doch eine davon bezieht sich nur auf das verhalten im watt und sollten sie mit einem unserer boote wirklich im watt ankommen dann ist sowieso irgendetwas schief gelaufen in dem fall erklären wir ihnen dann auch diese regel wenn sie uns erklären wie sie dahin gekommen sind diese regeln wurden von wassersportlern und naturschützern zusammen erarbeitet um das bewusstsein aller teilnehmer dafür zu stärken punkt 1 meiden sie das einfahren in röhricht bestände schilfgürtel und in alle sonstigen dicht und unübersichtlich bewachsenen uferpartien meiden sie darüber hinaus kies sand und schlamm bänke sowie ufergehölze diese dienen oft als rast und aufhaltsplatz von vögeln meiden sie auch seichte gewässer die für fischer als laichgebiete dienen und insbesondere solche mit wasserpflanzen punkt 2 halten sie einen ausreichenden mindestabstand zu röhricht beständen schilfgürteln und anderen unübersichtlich bewachsenen uferpartien sowie ufergehölzen auf breiten flüssen beispielsweise 30 bis 50 meter halten sie einen ausreichenden mindestabstand zu vogelansammlungen auf dem wasser wenn möglich mehr als 100 meter punkt 3 befolgen sie in naturschutzgebieten unbedingt die geltenden vorschriften häufig ist wassersport in den naturschutzgebieten ganzjährig zumindest zeitweise völlig untersagt oder nur unter ganz bestimmten bedingungen möglich vierter punkt nehmen sie in feuchtgebieten von internationaler bedeutung bei der ausübung von wassersport besondere rücksicht diese gebiete dienen als lebensstätte seltener tier und pflanzenarten und sind daher besonders schutzwürdig fünftens benutzen sie beim landen die dafür vorgesehenen plätze oder solche stellen an denen sichtbar kein schaden angerichtet werden kann sechstens nähern sie sich auch von land her nicht schilfgürteln und sonstigen dichten ufervegetation um nicht in den lebensraum von vögeln kleintieren und pflanzen einzudringen und diese zu gefährden siebens beobachten und fotografieren sie tiere möglichst nur aus der ferne achtens helfen sie das wassersauber zu halten abfälle gehören nicht ins wasser insbesondere nicht der inhalt von chemietoiletten diese abfälle müssen genauso wie altöle in bestehenden sammelstellen der häfen abgegeben werden benutzen sie in häfen selbst ausschließlich die sanitären anlagen an land lassen sie beim stilllegen den motor ihres bootes nicht unnötig laufen um die umwelt nicht zusätzlich durch lärm und abgase zu belasten und kommen wir nun zu neuntens der letzten regel machen sie sich all diese regeln zu eigen informieren sie sich vor ihren fahrten über die für ihr fahrgebiet bestehenden bestimmungen sorgen sie dafür dass diese kenntnisse und ihr eigenes vorbildliches verhalten gegenüber der umwelt auch an die jugend und vor allem an nicht organisierte wassersportler weitergegeben werden vielen dank fürs zuhören das war der theoretische teil es folgt der praktische teil und die technische einweisung ins boot und ich hoffe sie haben eine gute fahrt das war eins von sieben schulungsvideos aus unserer charterschein serie wenn es ihnen gefallen hat lassen sie gerne ein like da kommentieren sie unter dem video und abonnieren sie unseren kanal um auf dem laufenden zu bleiben wir wünschen ihnen eine gute fahrt